Es ist nicht meine Schuld. Ich habe nicht gewählt, den Gebrauch meiner Beine zu verlieren. Schatz, bitte, ich bin dein Ehemann. Du musst dich um mich kümmern. Nein, nicht mehr. Du bist nur ein erbärmlicher Krüppel mit nutzlosen Beinen. Das ergibt alles keinen Sinn. Du hast mir gesagt, dass du mich liebst. Ich habe gelogen. Ich habe dich nie wirklich geliebt. Ich habe dich nur wegen deines Geldes geheiratet, Thomas. Du bist wirklich herzlos. Du denkst, das ist herzlos? Warte, bis ich die Hälfte deines Geldes nehme. Du bist so ein Narr, dass du tatsächlich geglaubt hast, dass ich dich geliebt habe. Zwei Monate früher. Hi Baby. Guten Morgen. Guten Morgen wunderschön. Ich habe dir Frühstück gemacht. Danke, Baby. Ich kann es kaum erwarten, dich nächste Woche zu heiraten. Oh, ich auch. Aber weißt du, es ist einfach schlecht, dass ich so bald nach der Hochzeit zur Armee muss. Es ist okay. Es ist nur für sechs Monate. Außerdem gibt es mir Zeit, dieses wunderschöne Haus, das deine Eltern für uns gekauft haben, zu renovieren. Ich muss eine Haushälterin einstellen, um es sauber zu halten und so weiter. Wir werden unser Leben zusammen als glückliches Paar beginnen. Ich liebe dich so sehr, Maria. Ich liebe dich auch. Zwei Monate später. Hallo? Hallo, ich bin Dr. Klaus. Ihr Ehemann hatte einen Unfall. Er wurde in ein Krankenhaus hier in der Stadt verlegt, und wir brauchen Sie sofort hier. Was meinen Sie, er hatte einen Unfall? Geht es ihm gut? Kommen Sie sofort. Okay, ich bin unterwegs. Was ist passiert? Es gab eine Explosion auf der Basis. Er ist jetzt stabil. Leider gab es erhebliche Schäden an seinen Beinen. Was meinen Sie damit? Frau Hoffmann, Ihr Ehemann wird nie wieder laufen können. Es tut mir sehr leid dafür. Glücklicherweise haben wir Verfahren, die Ihnen zeigen können, wie Sie ihn baden und den Rollstuhl benutzen können. Denken Sie daran, Sie müssen positiv bleiben. Dies ist kein einfacher Prozess. Ich werde die Krankenschwester holen, damit sie Ihnen weitere Details geben kann. Ich gebe Ihnen etwas Zeit allein. Jetzt muss ich ihm helfen zu duschen und den Rollstuhl zu benutzen. Schatz, ich brauche Hilfe, um meine Medizin zu holen. Ich bin gerade beschäftigt. Maria, bitte, ich kann nicht aufstehen. Ich habe gesagt, ich bin beschäftigt. Kannst du es nicht selbst holen? Schatz, bitte, ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Ich kann die Medizin nicht erreichen. Ich kann dir gerade nicht helfen. Kannst du nicht irgendetwas alleine tun? Ich kann nicht hinreichen. Bitte, es dauert nur eine Sekunde. Ich muss es wirklich nehmen. Ich komme schon. Maria, ich möchte, dass du mir hilfst, die Treppe hinauf zu gehen. Ich möchte in meinem Zimmer schlafen. Ich kann dir damit wirklich nicht helfen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit einem Krüppel verheiratet sein. Es ist zu hart. Ist das ein Scherz? Nein, ich meine es ernst. Das ist kein Scherz. Ich werde die Scheidung einreichen. Scheidung? Ja, Scheidung. Ich bin verwirrt. Woher kommt das plötzlich? Hat dir die Explosion auch das Gehirn beschädigt? Ich möchte nicht mehr mit dir verheiratet sein, Thomas. Schatz, hör zu. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber wir können das durchstehen. Nein, können wir nicht. Du hast nicht mal funktionierende Beine. Erwartest du wirklich, dass ich für immer bleibe und mich um dich kümmere? Ja, das ist es, was Ehe bedeutet. Wir sind zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben Gelübde abgelegt. Diese Gelübde haben nicht beinhaltet, dass du dich in die Luft sprengen lässt. Schatz, bitte. Ich bin dein Ehemann. Du musst dich um mich kümmern. Nein, nicht mehr. Du bist nur ein erbärmlicher Krüppel mit nutzlosen Beinen. Das ergibt alles keinen Sinn. Du hast mir gesagt, dass du mich liebst. Ich habe gelogen. Ich habe dich nie wirklich geliebt. Ich habe dich nur wegen deines Geldes geheiratet, Thomas. Aber kein Geld der Welt ist es wert, mich um dich und deine nutzlosen erbärmlichen Beine zu kümmern. Wie kannst du mir das sagen? Hör zu, Thomas. Ich bin eine sehr schöne Frau. Ich könnte mit jedem zusammen sein, den ich will. Erwartest du, dass ich hier für immer bleibe, und dein kleines Dienstmädchen bin? Es ist nicht meine Schuld. Ich habe nicht gewählt, den Gebrauch meiner Beine zu verlieren. Es ist auch nicht meine Schuld. Jetzt werde ich feststecken, deine ekligen Verbände zu wechseln. Und dir in die Dusche zu helfen, wie bei einem alten Menschen. Ich verdiene Besseres. Ich verdiene es, wie eine Königin behandelt zu werden. Du bist meine Ehefrau. Du solltest bei mir bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ehrlich gesagt, du ekelst mich an. Ich kann es nicht einmal ertragen, dich anzusehen. Du bist nicht mal ein richtiger Mann. Du bist wirklich herzlos. Du denkst, das ist herzlos? Warte, bis ich die Hälfte deines Geldes nehme. Du bist so ein Narr, dass du tatsächlich geglaubt hast, dass ich dich geliebt habe. Ich habe meine Beine verloren, und jetzt willst du mir noch mehr nehmen? Genau. Jetzt werde ich dich hier allein lassen. Nein. Maria, bitte, lass mich nicht alleine. Ich bin dein Ehemann. Nein. Du bist nicht mehr mein Ehemann. Du bist nur ein Krüppel, der nicht laufen kann. Baby, bitte, lass mich nicht alleine. Du wirst mich einfach verlassen, und die Hälfte des Geldes nehmen? Ist das der einzige Grund, warum du bei mir warst? Maria, komm bitte zurück. Eine Ehe soll für immer sein. Was Maria nicht bemerkte ist, dass das Krankenhauszimmer Kameras hatte, und alles aufzeichnete. Thomas' Anwälte nutzten dieses Video in der Scheidung von Maria. Der Richter entschied, dass Maria nach dem Ansehen, wie schlecht sie Thomas behandelte, nicht einen Cent bekommen würde. Das Video wurde auch ins Internet geleckt, wo es viral ging. Die Leute waren empört, einen verletzten Veteranen so missbraucht zu sehen. Ein Jahr später. Hey Marco. Wir sind fast fertig mit dem Lagerhaus. Wir müssen nur noch eine Isolierung hinzufügen. Ich glaube, das kostet weitere 20.000 Dollar. Thomas, bist du das? Nun Marco, ich werde dich später noch einmal anrufen. Maria, was machst du hier? Ich wurde gerade eingestellt, um dieses Lagerhaus zu putzen. Wow, wie kommt es, dass du jetzt laufen kannst? Ja, das Militär hat mechanische Beine für mich entwickelt. Das ist großartig. Du siehst wirklich gut aus. Danke. Wie geht es dir? Nun, seitdem das Video herauskam, geht es mir eigentlich nicht so gut. Es stellt sich heraus, dass es ziemlich schwer ist, einen Job zu finden oder jemanden zu daten. Ich denke, ich habe es verdient, so wie ich dich behandelt habe. Es tut mir leid, Thomas. Nun, danke für das Sagen. Sieh mal, vielleicht wollen wir einen Kaffee trinken gehen oder so etwas? Ich bin tatsächlich beschäftigt. Ich treffe mich mit meiner Verlobten. Wir haben ein Date. Oh, du bist verlobt? Ja, es stellt sich heraus, dass jemand sich doch um mich kümmern möchte. Klaus, ich liebe dich immer noch. Und ich liebe dich nicht. Hör zu, ich lasse dich zurück zu deiner Arbeit als Dienstmädchen. Sorge nur dafür, dass du die Fenster putzt, okay? Ja, ich möchte dich beauftragen, meinen Ehemann zu töten. Okay, was ist der Grund? Nicht, dass es mich interessiert. Ich bin nur neugierig auf den Grund. Ich liebe ihn nicht mehr. Und ich habe jemand anderen kennengelernt. Also, werdet ihr beide einfach zusammen weglaufen wie in den Filmen. Das ist der Plan Genie. Und ich bin bereit, dir viel Geld dafür zu zahlen, aber ich kann dir nur die Hälfte jetzt geben. Früher in dieser Woche. Sehr gut. Du hast dich in letzter Zeit bemerkenswert verbessert. Okay, ihr zwei. Das Frühstück ist fertig. Oh, endlich. Ich sterbe vor Hunger. Was hat dich so lange aufgehalten? Du Idiot. Es tut mir so leid, Lisa. Oh, Thomas. Du weißt, ich mag es nicht warten zu müssen. Schöne Frauen wie ich warten auf nichts und niemanden. Du hast absolut recht, Königin Lisa. Du verdienst Besseres. Was ist das? Wo ist der Speck? Speck ist ungesund für dich. Er hat viel gesättigtes Fett und verstopft auch deine Arterien. Halt den Mund. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mir ein besseres Frühstück machen als dieses. Du hast den Speck vergessen. Also, geh in den Laden und hol mir welchen. Okay, ich werde Speck holen. Vergewissere dich, dass du auch das Öl in meinem Auto wechselst, während du dabei bist. Okay, meine Süße. Endlich ist mein dummer Ehemann weg. Zeit für die echte Übung jetzt. Ich wünschte, wir könnten die ganze Zeit zusammen sein. Ich liebe dich. Und ich will dich mit niemandem teilen. Ich weiß. Ich habe es so satt, so tun zu müssen, als würde ich meinen Verlierer von einem Ehemann lieben. Er kann nicht einmal alle unsere Rechnungen bezahlen. Er tut so, als hätten wir kein Geld für irgendetwas. Nun, warum lässt du dich nicht einfach von ihm scheiden? Dann wäre er uns aus dem Weg, wir könnten heiraten und für immer zusammen sein. Ja, aber bei einer Scheidung würde er die Hälfte von allem bekommen. Das ist so dumm. Frauen sollten bei einer Scheidung alles bekommen. Nun, ich dachte, du hast gesagt, dein Ehemann hätte sowieso kein Geld. Lass dich von ihm scheiden. Lass mich um dich kümmern. Ich kann genug Geld für uns beide verdienen. Du bist ein Yoga-Lehrer. Du verdienst nicht genug Geld für meinen verschwenderischen Lebensstil. Ich brauche mehr. Kannst du ihn dazu bringen, dir etwas Geld zu geben? Nun, er hat gerade eine Lebensversicherung über 10 Millionen Dollar abgeschlossen. 10 Millionen Dollar? Aber bekommst du das Geld nicht nur, wenn er stirbt? Genau. Oh, das ist perfekt. Dann wäre er für immer aus unserem Leben. Wir könnten zusammen weglaufen und wären Millionäre. Moment mal. Du willst ihn töten? Nein. Ich denke darüber nach, jemanden zu beauftragen, ihn zu töten. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten soll. Liebst du mich nicht? Natürlich liebe ich dich. Nun, wenn du mich lieben würdest, würdest du mir helfen, das zu tun. Es sei denn, du willst, dass ich für immer bei Thomas bleibe. Moment mal. Okay, lass es uns tun. Ja. Drei Tage später. Bist du Klaus? Ja, steig ein. Also, bist du derjenige, der mich angerufen hat? Ja. Ich möchte dich beauftragen, meinen Ehemann zu töten. Okay. Was ist der Grund? Nicht, dass es mich interessiert. Ich bin nur neugierig auf den Grund. Okay, Herr Neugierig. Also, werdet ihr beide einfach zusammen weglaufen, wie in den Filmen. Das ist der Plan-Genie. Und ich bin bereit, dir viel Geld dafür zu zahlen, aber ich kann dir nur die Hälfte jetzt geben. Ich meine, er hat gerade eine riesige Lebensversicherung auf sich abgeschlossen. Und ich sehe keinen Cent, bis er tot ist. In Ordnung. Lass es einfach wie einen Einbruch aussehen. Als ob du eingebrochen wärst, um etwas zu stehlen, und er dir in den Weg gekommen ist. Er kommt normalerweise um 16 Uhr nach Hause. Hier ist die Adresse. In Ordnung. Lass mich dir etwas fragen, Lisa. Bist du sicher, dass du das tun willst? Denn ich werde deinen Ehemann töten. Aber verstehe einfach, wenn wir diesen Weg gehen, gibt es kein Zurück. Okay, mach einfach deine Arbeit. Nun, stell sicher, dass du bis 15 Uhr aus dem Haus bist. Geh in den Park oder so. Okay. Thomas. Ja. Ich bin Officer Klaus. Dies ist Officer Hans. Dürfen wir reinkommen? Natürlich. Kommen Sie rein. Ist alles in Ordnung? Was ist los? Es tut uns leid, Sie zu stören. Ich weiß, dass es für Sie schwierig sein wird, das zu hören. Aber wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihre Frau versucht, Sie zu töten. Was? Nein, Sie müssen sich irren. Meine Frau würde das nicht tun. Sie liebt mich. Thomas, ich habe mich heute früher mit deiner Frau getroffen. Sie denkt, ich bin ein Auftragsmörder, und sie hat mich engagiert, um dich zu töten. Wie können Sie so sicher sein? Ich habe sie gefilmt, wie sie mit mir gesprochen hat. Sie können sich das ansehen. Ich kann das nicht glauben. Wie konnte sie mir das antun? Ich weiß, dass das wirklich schwer zu hören ist, aber wir brauchen deine Hilfe, um sie zu fangen. Fangen? Was meinen Sie mit fangen? Wir werden sie glauben lassen, dass ich bei dem Plan mitgemacht habe, und dass ich dich getötet habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vertrauen Sie uns einfach. Wir wissen, was wir tun. Okay, okay. Ich vertraue euch. Hallo? Hallo Lisa. Hier spricht Officer Hans. Können Sie zu Ihrer Wohnung zurückkommen? Oh, was ist passiert? Es gab einen Vorfall mit Ihrem Ehemann. Es ist besser, wenn wir persönlich darüber sprechen. Okay, ich komme sofort. Okay, danke. Lisa? Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Es scheint, es gab einen Einbruch. Einbruch? Wo ist mein Ehemann? Thomas? Lisa, das wird schwer zu hören sein. Es gibt wirklich keinen einfachen Weg, das zu sagen. Ihr Ehemann wurde ermordet. Es tut mir so leid. Wie konnte das passieren? Es tut mir leid. Das muss ein Schock für Sie sein. Er war so ein guter Mann. Sie haben ihn wirklich geliebt, nicht wahr? Natürlich. Er ist die Liebe meines Lebens. Ich würde alles geben, um ihn jetzt hier bei mir zu haben. Ich bin so froh, das zu hören. Thomas? Oh mein Gott. Thomas? Hallo Lisa. Du lebst? Aber er sagte, du wärst tot. Er hat gelogen. Was geht hier vor? Ich weiß alles über deinen Plan, mich umbringen zu lassen. Was? Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Ich glaube dir nicht. Ich weiß, dass du einen Auftragsmörder engagiert hast, um mich umbringen zu lassen. Damit du mein Geld nehmen, und mit Mark zusammen sein kannst. Was? Ich will nicht mit Mark zusammen sein. Ich will bei dir sein. Hallo Lisa. Hör auf zu lügen. Was redest du da? Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Du weißt nicht, wer ich bin. Lisa, schau dir das an. Ja. Ich möchte dich beauftragen, meinen Ehemann zu töten. Ich bin kein echter Auftragskiller, Lisa. Ich bin ein verdeckter Polizist, der versucht, Leute wie dich zu fangen. Thomas, es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Es war Mark. Du musst mir glauben. Hör auf mit den Lügen. Wie konntest du mir das antun? Nach allem, was ich für dich getan habe. Ich habe dich wie eine Königin behandelt. Und so dankst du mir. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe nichts Falsches getan. Genug jetzt. Du bist wegen versuchten Mordes an deinem Ehemann verhaftet. Thomas, bitte, tu etwas. Warten Sie, Officer. Lisa. Ja, Schatz. Im Gefängnis servieren Sie keinen Speck. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Cranches, das ist alles. Du solltest mindestens zwanzig schaffen können. Sie sind viel schwerer als sie aussehen. Und ich gebe mein Bestes. Das ist dein Bestes. Kein Wunder, dass du dein ganzes Leben lang fett warst. Du wirst niemals abnehmen. Gib einfach auf. Wie viel wiegst du jetzt? Weißt du, es ist nicht nett, eine Frau nach ihrem Gewicht zu fragen, Klaus. Ja, aber du bist keine Frau. Du bist eher wie ein Elefant oder ein Blauwal. Du bist für mich nicht mehr attraktiv. Ich meine, schau dich an. Du warst mal so schlank und sexy. Schau mal. Ich weiß, dass ich auf der schwereren Seite bin. Aber gib mir eine Pause. Eine Pause? Sarah. Du bist eine 35-jährige Frau und wiegst 300 Pfund. Das Letzte, was du brauchst, ist eine Pause. Schau dich an. Ekelhaft, fett, wie ein Schwein. Warum bist du so gemein zu mir? Weil du mich getäuscht hast. Wie habe ich dich getäuscht? Weil du, als wir uns das erste Mal trafen, schlank und attraktiv warst. Und jetzt bist du so fett wie dieser Sumo-Ringer. Das ist, wie du mich getäuscht hast. Falsche Werbung. Also, hast du mich nur geheiratet, weil ich schlank war? Wenn ich gewusst hätte, dass du so dick wirst, hätte ich dich nie geheiratet. Bitte, Klaus, sag keine Dinge, die du nicht ernst meinst. Ich meine jedes Wort Sarah. Ich hasse dich. Du fettes Stück Schmalz. Ehrlich gesagt, liebe ich dich nicht mehr. Und du liebst mich auch nicht. Denn wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du abnehmen. Aber ich liebe dich, Klaus. Nein, du liebst mich nicht. Hör zu Sarah. Wenn du nicht so schnell wie möglich abnimmst, werde ich mich von dir scheiden lassen. Du drohst also damit, mich zu verlassen, weil ich nicht deinem Schönheitsideal entspreche? Das ist respektlos und verletzend. Bitte Gott, gib mir die Kraft, mein Leben zu verändern. Ich kann so nicht weitermachen. Am nächsten Tag. Oh, ich habe vergessen, eine Wasserflasche mitzubringen. Hier, ich habe eine extra. Du kannst sie haben. Bist du sicher? Ja, kein Problem. Du rennest eigentlich, während ich hier nur dehne. Vielen Dank. Ich bin übrigens Thomas. Hallo Thomas. Es freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Sarah. Schön, dich kennenzulernen, Sarah. Also, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ich habe gerade angefangen, in diesem Park zu joggen. Wie du sehen kannst, bin ich ein fettes Stück Schmalz. Also, ich muss wirklich abnehmen. Nein Sarah. Sag das nicht. Das ist keine nette Aussage über dich selbst. Es ist die Wahrheit. Nein, ist es nicht. Wer hat dir das gesagt? Mein Mann. Nun, er sollte damit aufhören. Das ist nicht gut für dein Selbstwertgefühl. Wir kümmern uns nicht nur um unseren Körper, sondern auch um unseren Geist. Ich wünschte, mein Mann würde genauso denken wie du. Er sagte mir, wenn ich nicht abnehmen würde, würde er sich von mir scheiden lassen. Sarah, es tut mir leid, wenn ich zu weit gehe oder unhöflich bin. Aber dein Mann klingt wie ein echtes Arschloch. Er sollte hier draußen mit dir laufen und dich unterstützen. Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, mitzukommen. Aber er sagt, es hat keinen Sinn, da ich nie abnehmen werde. Du musst aufhören, ihn, dich runterziehen zu lassen. Es geht nicht immer nur darum, Gewicht zu verlieren. Vielmehr geht es darum, einen gesunden Lebensstil aufrecht zu erhalten. Deshalb ist es nicht so wichtig, das Körpergewicht zu verlieren, wie es wichtig ist, einen gesunden Zustand aufrecht zu erhalten. Du bist so unglaublich. Du bist wie ein Engel, Thomas. Ich wünschte, ich könnte dich jeden Tag bei mir haben. Nun, ich bin eigentlich Personaltrainer, also könntest du mich engagieren. Ich wünschte, ich könnte das, aber ich kann es mir einfach nicht leisten, Thomas. Aber danke für alles. Es war schön, dich kennenzulernen. Sarah, warte. Was gibt es, Thomas? Schau mal, ich mache dir einen Vorschlag. Ich werde dich dreimal pro Woche kostenlos trainieren. Aber nur, wenn du dich verpflichtest, es für drei Monate durchzuziehen. Das ist fantastisch. Warum würdest du das tun? Weil es mir nicht wirklich um das Geld geht. Ich tue das, um den Menschen zu helfen, ihr Leben zu verbessern, und einen gesünderen Lebensstil zu führen. Du bist ein Engel, Thomas. Wir haben einen Deal. Ich werde nicht aufgeben. Okay, wir haben einen Deal. Eigentlich weißt du was. Lass uns heute anfangen. Ich werde mit dir laufen. Thomas und Sarah beginnen dreimal pro Woche zu trainieren. Sie machen Liegestütze, Sit-Ups, und Yoga. Und sie laufen jeden Tag drei bis fünf Meilen. Sarah fing an, das Training zu lieben, und verlor viel Gewicht. Zwei Wochen später. Dieses Hemd passt nicht. Vielleicht, wenn du Sport treibst, wird es passen. Tatsächlich, habe ich vor zwei Wochen mit dem Training begonnen. Mir geht es besser, und ich habe ein paar Kilo abgenommen. Das glaube ich überhaupt nicht. Du bist immer noch fett, und ich kann das nicht mehr ertragen. Bitte, Klaus, geh nicht. Hör zu Sarah. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Ich kann nicht mehr hier sein. Wie kannst du uns einfach verlassen? Ich habe jemanden kennengelernt. Sie ist jung, sie ist schön, sie ist alles, was du früher warst. Ich kann es nicht glauben. Und wie ist mit unserer Tochter? Mir wurde klar, dass ich anfangen musste, für mich selbst zu leben. Papa, bitte, ich möchte nicht, dass du gehst. Klaus verlässt schließlich seine Frau für eine jüngere Frau. Sarah ist am Boden zerstört, und verbringt ihre Tage mit Weinen. Klaus hat eine tolle Zeit mit seiner neuen Freundin. Er fängt an zu trinken, zu feiern, und noch mehr zu trinken. Mit der Zeit fängt Sarah langsam an, über die Trennung hinwegzukommen. Sie fängt endlich wieder an, sich selbst Priorität zu geben. Sie beschloss, ihr Leben zu ändern, und weiterhin Sport zu treiben. Auf der anderen Seite, erwischt Klaus seine neue Freundin dabei, wie sie ihn mit einem anderen Mann betrügt. Sie verlässt ihn für einen jüngeren Mann. Klaus ist am Boden zerstört. Zwei Jahre später Nun Lisa, warte hier auf mich. Ich hole Donuts und bin gleich wieder zurück. Hey Sarah. Ich habe dich schon lange nicht gesehen. Hey Klaus. Wow, du hast viel Gewicht verloren. Du siehst umwerfend aus. Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Ich habe nachgedacht, vielleicht können wir es nochmal versuchen. Was ist mit deiner Freundin passiert? Oh ja, sie hat mich für einen jüngeren Kerl verlassen. Aber du? Wie siehst du so gut aus? Der Grund, warum ich übergewichtig war, lag daran, dass ich nie Zeit für mich selbst hatte. Ich war immer so beschäftigt, mich um dich und unsere Tochter zu kümmern. Und der Grund, warum ich so schlecht gekleidet war, war, um Geld zu sparen. Damit du und unsere Tochter schöne Kleidung haben konntet. Du siehst also. Alles, was ich getan habe, habe ich für meine Familie getan. Und dann, als du gingst, wurde mir klar, dass ich anfangen musste, für mich selbst zu leben. Es tut mir so leid für alles, was ich getan habe. Würdest du mir noch eine Chance geben? Ich glaube nicht. Aber ich wünsche dir alles Gute. Was gibt es zum Abendessen? Es ist noch früh, Liebling. Das Abendessen wird erst in ein paar Stunden fertig sein. Nun, beeil dich und mach etwas zu essen. Ich habe heute Abend eine Besprechung. Ich dachte, du hast gesagt, dass du mit deinen Freunden ausgehst. Die Pläne haben sich geändert. Mach mir jetzt etwas zu essen. Kannst du nicht selbst etwas machen? Ich habe etwas Arbeit zu erledigen. Arbeit? Du meinst, wie ein richtiger Job? Sei nicht lächerlich. Ich verstehe wirklich nicht, warum du arbeiten gehen willst. Du bist meine Frau, und deine Aufgabe ist es, sich um das Haus und die Familie zu kümmern. Frauen gehören in die Küche, nicht ins Büro. Das ist so ein veraltetes Denken. Wir leben im 21. Jahrhundert, und ich möchte arbeiten. Ich möchte mein Potenzial auszuschöpfen, und meine Fähigkeiten zu nutzen. Du behandelst mich nicht gut, und ich fühle mich vernachlässigt. Warum kann ich nicht auch arbeiten und meinen Teil zum Haushalt beitragen? Aber das ist es, was eine Frau tun sollte. Ich verdiene das Geld, und du sorgst dafür, dass das Haus in Ordnung ist. Du solltest dankbar sein, dass ich so hart arbeite, um für uns beide zu sorgen. Dankbar? Ich bin unglücklich und fühle mich gefangen. Ich will nicht nur Hausfrau sein. Ich habe Träume und Ambitionen, die ich verwirklichen möchte. Du solltest mich unterstützen, nicht versuchen, mich zu kontrollieren. Ich bin es leid, den ganzen Tag in diesem Haus eingesperrt zu sein. Ich möchte etwas mit meinem Leben anfangen. Du hast bereits einen Job. Du bist die Hausfrau. Das ist kein Job. Das ist nur etwas, was ich mache, weil du mir nicht erlaubst, zu arbeiten. Und warum willst du arbeiten? Du hast alles, was du hier brauchst. Ich möchte in der Lage sein, für mich selbst zu sorgen, und mein eigenes Geld zu haben. Ich muss auch das Gefühl haben, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Du musst der Gesellschaft nicht beitragen. Das ist die Aufgabe eines Mannes. Das ist nicht fair. Ich möchte eine Karriere haben, genauso wie du. Du wirst niemals eine Karriere haben. Du bist eine Frau. Du sollst eine Ehefrau und eine Mutter sein. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich möchte die Scheidung. Eine Scheidung? Du kannst das nicht ernst meinen. Ich meine es ernst. Ich kann nicht mehr so leben. Ich möchte frei sein. Gut. Aber du nimmst keinen Cent meines Geldes mit. Das ist okay. Ich werde mein eigenes Geld verdienen. Beim Anwalt. Ich möchte die Scheidung einreichen. Mein Mann betrügt mich seit Jahren, und er lässt mich nicht arbeiten. Außerdem behandelt er mich wie eine Dienerin. Ich kann diese Beziehung nicht mehr ertragen. Ich will aus dieser Ehe aussteigen. Es ist an der Zeit, dass ich mein Leben in die Hand nehme und unabhängig werde. Ich verstehe. Haben Sie irgendwelche Beweise für seine Untreue? Ja, ich habe Bilder, Texte, und E-Mails. Das ist gut. Und wie sieht es mit Ihren Finanzen aus? Mein Mann ist der alleinige Ernährer. Er lässt mich nicht arbeiten oder auf sein Geld zugreifen. Wir können das vor Gericht bekämpfen. Ich schlage vor, dass Sie sofort nach einem Job suchen. Das Gericht wird Ihnen wohlgesonnen sein, wenn Sie versuchen, sich selbst zu unterstützen. Ich habe bereits angefangen, nach einem Job zu suchen. Ich will unabhängig sein. Das ist großartig. Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass Sie eine faire Einigung bekommen. Vor dem Gerichtsgebäude. Bitte Sarah, gib mir eine Chance, es wieder gut zu machen. Es tut mir leid, aber ich denke nicht, dass das möglich ist. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich liebe dich immer noch. Ich will alles wieder gut machen. Du hast mich betrogen, und mich jahrelang unterdrückt. Ich glaube nicht, dass ich dir jemals wieder vertrauen kann. Ich verstehe das, aber ich habe mich geändert. Ich habe meine Fehler erkannt, und ich werde alles tun, um es wieder gut zu machen. Es ist zu spät dafür. Du hast dich dafür entschieden, mich zu verlassen, und mich in einer schwierigen Situation zurückgelassen. Jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Bitte, gib mir eine Chance, es wieder gut zu machen. Ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Ich habe keine Lust, hier draußen zu stehen und zu streiten. Nach der Scheidung. Endlich bin ich frei. Ich kann jetzt arbeiten gehen, und meine eigene Karriere aufbauen. Es ist beängstigend, aber auch aufregend, mein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Du hast das wirklich verdient. Du bist so talentiert, und wirst sicher erfolgreich sein. Lass dich von niemandem aufhalten, und genieße deine Freiheit. Du bist jetzt dein eigener Chef. Ein Jahr später. Mein Geschäft läuft großartig, und ich verdiene viel Geld. Ich bin so glücklich, dass ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Jetzt kann ich mein eigenes Leben leben, und meine eigenen Entscheidungen treffen. Das ist so inspirierend. Du hast bewiesen, dass Frauen genauso erfolgreich sein können wie Männer. Du bist ein Vorbild für uns alle. Ex-Ehemann in finanziellen Schwierigkeiten Verdammt! Ich habe so viele Schulden. Ich habe gehört, dass meine Ex-Frau jetzt sehr erfolgreich ist, und viel Geld verdient. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, mir zu helfen. Ich sollte sie aufsuchen und mit ihr reden. Vielleicht kann sie mir aus dieser schwierigen Situation helfen. Ich sehe, dass du es wirklich geschafft hast. Dein Geschäft läuft gut, und du verdienst viel Geld. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Du hast all das erreicht, ohne meine Hilfe. Danke, aber warum bist du hier? Was willst du von mir? Du hast dich nicht einmal entschuldigt für all das, was du mir angetan hast. Nun, um ehrlich zu sein, ich brauche deine Hilfe. Ich bin in finanziellen Schwierigkeiten, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe so viele Schulden und kann sie nicht bezahlen. Du bist meine letzte Hoffnung. Warum sollte ich dir helfen? Warum sollte ich dir helfen, nach allem, was du mir angetan hast? Bitte Sarah, ich bereue alles, was ich getan habe. Ich war ein schrecklicher Ehemann, und habe dich nicht so behandelt, wie du es verdient hast. Ich habe gesehen, wie stark und unabhängig du geworden bist, und ich bewundere das. Könntest du mir verzeihen und mir helfen? Es ist schön, dass du deine Fehler einsiehst, aber das ändert nichts an der Vergangenheit. Ich habe hart gearbeitet, um mein Leben wieder aufzubauen. Und ich werde nicht zulassen, dass du das zerstörst. Du musst die Konsequenzen deiner Handlungen tragen. Es ist nicht meine Verantwortung, dich aus deinem Schlamassel herauszuholen. Sarah, bitte, du musst verstehen. Ich war immer der Meinung, dass eine Frau nicht arbeiten sollte. Aber jetzt stehe ich hier und brauche finanzielle Hilfe von einer Frau. Es ist ironisch, dass ich mich geweigert habe, dich arbeiten zu lassen, und jetzt stehe ich mit leeren Händen da. Das ist genau der Punkt, den du nie verstehen wolltest. Eine Frau hat genauso das Recht zu arbeiten und erfolgreich zu sein wie ein Mann. Und trotz allem, was du mir angetan hast, werde ich dir das Geld geben. Sarah, ich bereue zutiefst, dass ich dich zurückgehalten und deine Ambitionen unterdrückt habe. Du hast bewiesen, dass eine Frau genauso erfolgreich sein kann wie ein Mann. Es war ein sonniger Tag im Juni, als Lisa herausfand, dass ihr Mann Klaus sie betrogen hatte. Sie weinte, als sie sah, dass das Handy ihres Mannes Nachrichten von einer anderen Frau zeigte. Sie hatte ihren Mann immer geliebt und vertraut, aber das Vertrauen war nun gebrochen. Klaus, wie konntest du mir das antun? Ich habe dir immer vertraut, und jetzt stelle ich fest, dass du mich die ganze Zeit belogen hast. Lisa, es tut mir so leid. Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Aber ich liebe dich immer noch und möchte, dass wir das durchstehen. Aber wie konnte das passieren? Wie konntest du mich so betrügen? Ich weiß es nicht. Es war ein Fehler, und ich bereue es zutiefst. Aber ich weiß, dass ich dich liebe, und dass ich dich nicht verlieren will. Lisa war hin- und hergerissen. Sie liebte Klaus und wollte ihm verzeihen. Aber der Schmerz und das Gefühl des Verrats waren zu groß. Sie musste sich zurückziehen und nachdenken. Die nächsten Tage waren eine Qual für Lisa. Sie konnte nicht essen, nicht schlafen, und konnte nur an die Affäre ihres Mannes denken. Sie wusste, dass sie eine Entscheidung treffen musste, aber sie wusste nicht, was sie tun sollte. Schließlich traf sie die Entscheidung, sich von Klaus zu trennen. Sie konnte ihm nicht mehr vertrauen, und konnte nicht weiterhin mit jemandem zusammen sein, der sie betrogen hatte. Klaus war am Boden zerstört, als Lisa ihm die Nachricht überbrachte. Aber er verstand auch, dass er, seine Frau verletzt hatte. Die nächsten Wochen waren voller Tränen und Schmerz. Lisa vermisste Klaus und vermisste das Leben, das sie zusammen aufgebaut hatten. Aber sie wusste, dass sie stark bleiben musste. Und dass sie nicht zurückkehren konnte, es sei denn, sie war sicher, dass Klaus sich geändert hatte. Klaus versuchte, alles zu tun, um Lisa zurückzugewinnen. Er schickte ihr Blumen, rief sie an, und schrieb ihr Briefe. Er versuchte ihr, dass er sich ändern würde, und dass er alles tun würde, um das Vertrauen zurückzugewinnen, das er zerstört hatte. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, sagte Klaus zu Lisa. Aber ich liebe dich und ich möchte alles tun, um das wieder gut zu machen. Bitte gib mir eine Chance, dich zurückzugewinnen. Lisa war hin- und hergerissen. Sie liebte Klaus immer noch, aber sie hatte Angst, wieder verletzt zu werden. Schließlich traf sie die Entscheidung, Klaus eine Chance zu geben, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Sie forderte von ihm, dass er zur Paartherapie gehen müsse, um seine Probleme zu lösen. Und dass er sich ändern müsse, bevor sie wieder zusammen sein könnten. Klaus stimmte zu und begann, sich zu bemühen, seine Probleme zu lösen. Er ging zur Paartherapie und begann, sich um Lisa zu kümmern. Er zeigte ihr, dass er sich wirklich geändert hatte, und dass er alles tun würde, um sie zurückzugewinnen. Die Wochen vergingen, und Klaus und Lisa kamen sich wieder näher. Sie gingen zusammen aus, verbrachten Zeit miteinander, und fingen an, ihre Ehe wieder aufzubauen. Lisa hatte das Vertrauen in Klaus zurückgewonnen, und sie waren wieder glücklich miteinander. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Lisa fand heraus, dass Klaus immer noch Kontakt zu der anderen Frau hatte. Sie war am Boden zerstört, als sie die Nachrichten sah, die Klaus mit ihr ausgetauscht hatte. Klaus, wie konntest du das tun? Ich habe dir eine zweite Chance gegeben, und du hast mich wieder betrogen. Wie konntest du so gemein sein? Klaus war sprachlos. Er hatte gedacht, dass er seine Probleme gelöst hatte, und dass er seine Ehe retten konnte. Aber er hatte wieder einen großen Fehler gemacht. Er wusste, dass er Lisa erneut verletzt hatte, und dass es wahrscheinlich keine Chance mehr für ihn gab. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht, und ich bereue es zutiefst. Ich weiß, dass ich dich verletzt habe, und dass ich es nicht wieder gut machen kann. Aber bitte glaube mir, dass ich dich immer noch liebe. Lisa konnte nicht mehr. Sie war am Ende ihrer Kräfte, und konnte nicht mehr mit jemandem zusammen sein, der sie so verletzt hatte. Sie wusste, dass sie gehen musste, und dass sie ihr Leben ohne Klaus weiterführen musste. Die nächsten Monate waren schwierig für Lisa, aber sie wusste, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Sie konzentrierte sich auf ihre Arbeit und ihre Freunde, und fand Trost in ihrer Familie. Sie wusste, dass es Zeit brauchte, um über ihre Ehe hinwegzukommen. Aber sie war sicher, dass sie es schaffen würde. Klaus war am Boden zerstört. Er hatte seine Frau verloren und wusste, dass es seine Schuld war. Er bereute zutiefst, was er getan hatte. Aber er wusste auch, dass es zu spät war, um es wieder gut zu machen. Er versuchte, Lisa zurückzugewinnen, aber sie war unerbittlich. Die Jahre vergingen, und Klaus und Lisa gingen getrennte Wege. Lisa fand schließlich einen neuen Partner, der sie liebte und respektierte. Während Klaus immer noch alleine war und sich fragte, was er falsch gemacht hatte. Er hatte viel Zeit zum Nachdenken und war sich bewusst, dass er seinen Fehler nie wiederholen würde. Ich muss Lisa zurückgewinnen. Ich kann ohne sie nicht leben. Klaus, was führt dich hierher? Hör mal Lisa, ich wollte mit dir reden. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit viele Fehler gemacht habe, und dich verletzt habe. Aber ich habe mich geändert, und ich will unser Leben zusammen fortsetzen. Es tut mir leid, aber ich habe mein Leben weitergelebt. Und ich habe jemanden gefunden, der mich liebt und respektiert. Ich kann nicht einfach zurückkehren. Ich verstehe das, aber ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Wir hatten so viele schöne Momente zusammen, und ich vermisse dich. Es ist normal, dass du an mich denkst. Aber es gibt eine Zeit, in der man weitergehen und Verantwortung für seine Handlungen übernehmen muss. Du hast mich betrogen, und das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Ich weiß, dass ich dich betrogen habe, aber ich bereue es wirklich. Ich habe daraus gelernt, und ich weiß, dass ich dich nie wieder betrügen würde. Bitte Lisa, gib mir eine zweite Chance. Du meinst eine dritte Chance. Es tut mir leid, aber ich kann dir keine Chance geben. Ich habe meinen Frieden gefunden, und ich bin mit jemandem zusammen, der mich glücklich macht. Wer ist dieser Mann? Kann ich ihn kennenlernen? Ja, du kannst ihn kennenlernen. Er ist ein sehr guter Mann, und er liebt und respektiert mich. Er ist anders als du, und ich fühle mich sicher und geschätzt bei ihm. Das freut mich für dich. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich weiß, dass ich dich nicht zurückbekommen werde. Aber ich will dir nur sagen, dass ich wirklich bereue, was ich getan habe. Ich hoffe, du kannst mir irgendwann vergeben. Ich habe dir bereits vergeben, aber das bedeutet nicht, dass ich mit dir zurückkehren werde. Ich hoffe, du kannst dein Leben in Ordnung bringen und glücklich sein. Danke. Ich werde es versuchen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.